Der alte Waffenhändler war ein komischer Chaos, aber ich mag den. Überall dieser Schrott. Kann ich nicht mal jemand wegkommen? Was ich nicht alles dafür tun würde, einen Shinra-Frachter in die Hände zu bauten. Auch wie hatte der das genannt? Torpedos? Der Tanzer vom Typ 60 um 13 Racken. Der kennt sich aus. Der alte Waffenhändler war ein komischer Chaos. Wie kann das sein? Das war doch gerade noch in meiner Tasche. Ah, Materials! Ah, da läuft ja noch so ein hübsches Ding. Wow, was für eine hübsche Frau! Das ist der Mensch! Komm her! Ja! Das ist der Mensch! Komm her! Ja! Ja! Du bist doch... Wir haben Empfehlungsschreiben von Madame M und Anjan. Lässt du uns rein? Seid ihr euch sicher? Absolut! Ich hoffe, ihr bereut das nicht. Aber nicht doch! Na gut, dann rein mit euch! Ihr wollt zur Brautschau, richtig? Die Treppe rauf, das Zimmer ganz hinten. Keine Besichtigungstouren. Kapiert, Mädels? Die Empfehlung von Madame M. Erste Saal. Hey! Nicht anfassen! Die Empfehlung von Anjan. Der hat Geschmack. Das Zimmer ist da hinten. Dalle! Was ist das für ein seltsamer Geruch? Da wird einem ja ganz schwummrig von... Schlafgas! Hä? Hä? Schnell raus hier! Verdammt! Cloud! Oh! 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 Oh!! Oh... How can I play as ni? Nicht allererste Sahne, oder? Hey, geht es dir gut? Tifa! Ja? Alles okay? Ein Glück. Also... Bist du das etwa, Cloud? Cloud? Wieso bist du geschminkt? Und dieses Kleid? Sag einfach nichts, es ging nicht anders. Bist du okay? Ja, mir ist nur ein bisschen schwindelig. Tifa, nicht wahr? Hallo? Hallo. Mein Name ist Aerys. Ich bin eine Freundin von Cloud. Wir sind hier, um dich zu retten, Tifa. Oh, vielen Dank. Reden können wir später. Erstmal raus. Hä? Hier ist's gefährlich. Nein, ich hab doch noch gar nichts rausgefunden. Hä? Weißt du, nachdem wir dich verloren hatten, waren in den Slums bei uns ein paar komische Typen. Ich habe nachgeforscht. Und bist auf Corneo gestoßen. Sie wollten Avalanche ausspionieren. Aber mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Deswegen will ich's aus Corneo quetschen. Tifa. Wenn ich ihm gefalle und er mich auswählt, kann ich unter vier Augen mit ihm reden. Darauf habe ich's angelebt. Aber es gibt wohl drei Kandidatinnen. Heißt also, wenn ich gegen die anderen nicht gewinne, war das Ganze hier umsonst. Dann hat sich dein Problem ja erledigt. Die anderen beiden sind nämlich wir. Nicht? Ja. Siehst du, einer von uns macht also auf jeden Fall das Rennen. Naja, kann schon sein. Ob dich, mich oder Cloud, wen er auch wählt, ist völlig egal. Aber Aerys, ich will dich da wirklich nicht mit reinziehen. Gib's auf, die lässt sich eh nichts sagen. Aha, klasse Cloud. Du kennst mich ja schon richtig gut. Was passiert jetzt? Man wird uns sicher schon bald rufen. Ganz schön gruselig hier. Guten Morgen, meine Damen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Das ist euer Weckruf für die Brautschau. Hinter der Tür zu eurer Linken findet ihr eine Treppe. Wir sehen uns oben. Okay, es geht los. Was ist denn in dich gefahren? So, meine lieben Mädels, dann reiht euch mal schön auf. Kommt mir bekannt vor. Kennen wir uns vielleicht? Nö, egal. Okay, seid ihr bereit, Mädels? Er kommt nämlich... Der unnachahmliche, unvergleichliche, allseits beliebte Don Corneo. Eisnäcken. Hä? Sehr schön. Entzückend. Welches Täubchen soll ich denn bloß nehmen? Ha-hi, ha-hi! Dich vielleicht, Schätzchen? Oder vielleicht doch lieber dich? Ich hab's. Ich weiß, wen ich nehm. Meine Braut für heute Nacht ist... Heute Nacht? Wenn du den Boss glücklich machst, darfst du vielleicht sogar etwas länger. Drecksschwein. Äh? Hey! Wer von euch war das? Etwa du? Sehr schön, schön. Du bist ein Falke. Werden dir die Flügel schon stutzen? Heute Nacht lege ich dich auf dein breites Kreuz. Oh ja. Die Widerspenstin mag ich besonders. Oh, komm schon. Die anderen zwei überlasse ich euch. Ja! Schau! 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 Schau, welche nimmst du mal. Nüchte hier. So, wildes Felkchen. Dann komm mal an meine Haare gehaut. Du brauchst dich wirklich nicht zu ziehen. Ist doch niemand hier. Wenn man genauer hinsieht, bist du ja richtig süß. Da gehst du es. Oh, ja! Diese Masche ist neu! Mehr davon! Was machst du da? Kümmer dich einfach nicht drum. Nur ein paar Erinnerungsfotos. Fotos sind mächtig. Sie machen euch Täubchen gefügig und willig. Abschauen. Mach mir noch mehr Komplimente! Hey, ihr Nasen! Wir haben hier Gäste! Seid nett zu ihnen, okay? Und vergesst nicht, euch später beim Don zu bedanken. Alles klar? Wir sind ja schließlich eine manierliche Bande. Genau! Don, Don! Hurra! Also dann, meine Damen, sind Sie bereit? Bereit? Aber immer doch. Du auch, Tifa? Hm, vielen Dank. Hm, also schnell und dann abzuklaut. Ich... kenne ich doch. Die Arena! Was soll das? Aerith, runter! Gott! Miststück! Warte! Gut, ab, Aerith. Hättest dich mal sehen sollen! Hm, hm! Hm, hm! Hm! Hm? Hm? Anjan hat mir alles erzählt. Hier habt ihr eure Ausrüstung wieder. Ich kümmere mich um den Rest. Viel Glück! Vielen Dank! Wir müssen schnell zu Cloud. Gut! Der müsste in Karnios Zimmer sein. Vereilt euch! Ach, schade! Ich hätte auch so gern mit den Mädels gespielt. Wir sind sicher schon beschäftigt. Was? Wir haben mit den ausrüstung gespielt. Wer ist noch vorbei? Wir können heute herverg hacen. Gute Arbeit! 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 Wo sind wir? Stinkt ja bestialisch. Stinkt ja bestialisch. Stinkt ja bestialisch.